aber ja interessant interessant muss ich ja mal sagen finde ich tatsächlich interessant das sage ich jetzt nicht nur so ich hätte gerne trotzdem upgrades mache ich mir noch mehrere evolutionskammern wie lange dauert das hier das sind 190 sekunden das ist aber meine herren evolutionskammer zack zack so hätte ich beides gerne noch mehr drohen wir haben noch immer nicht das maximum hier reicht ich brauche mich eigentlich nicht so weit mit den tumoren ausbreiten das ist eigentlich ich meine ich sehe ja alles schon das passt ja schon hier da können wir hinter da auch noch mal hinter gehen das ist ungünstig das ist tatsächlich ungünstig ich hätte gerne was hätte ich denn gerne ich hätte gerne ach ich habe überhaupt keine miss ich habe überhaupt keine luftabwehr lufteinheiten sind natürlich wobei ich habe das hier ne geht gleich kann ich das wieder okay wir erschaffen schrecken schaffen damit geht das natürlich schon weil die sind auch aus der luft gut das sind das waren jetzt eine minimale handvoll von den einheiten von daher eigentlich keinen grund da so einen aufstand zu machen hier trotzdem hätte ich gerne hier das bayer der der schößling darf gerne mal vollständig sein drohnen fürs leben und hier ist alles super es darf ja nur zwischendurch niemand ankommen ich hoffe mal dass es von den wellen her immer ungefähr passt dass das halt passt so hier darfst du mal ordentlich heilen zwei königinnen oder vier königinnen noch viel mehr noch mache ich noch dazu hier sind nur 30 30 das schön ich spüre ein mächtiges wesen ein riesiger uhrzerk tyrannozor wild extreme physische kraft essenz nützlich muss erlangen keine leichte aufgabe dazu müssten wir mitten durch den kampf zwischen jadras und brach so ach das sollen wir machen hier wir haben noch fliegende einheiten töten sie den tyrannozor das ist ein schöner name das ist der wahnsinn da waren sie mal kreativ gibt ja auch keine dinosaurier die so ähnlich heißen ja hier die ganzen haus die schwarmwirte und es fehlt gerade ein bisschen an drohnen hier an larven aber hier habe ich auch noch welche stimmt ich habe auf beiden seiten was haha natürlich habe ich was ach es sind auch zwei mutis alles schön warum halt ist denn nicht hier ja dann machen wir mal ach so hier ach ja ok 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 das ist natürlich so eine sache ich brauche mehr mehr schworen krabbel auf jeden fall so wird es glaube ich sicher wie sieht es hier aus sind die außer luft hier unterwegs nee das ist gut hier sind sie unterwegs so strecken geschaffen ja ist ja gut ich mache mehr overlords das freut mich ja habe ich vor ich hätte gerne noch mal stachel krabbel hier die sind super die ganzen ah hier sind alle weg ok ok das heißt ich brauche wirklich mehr stachel krabbel und spon krabbel vor allem auch ich brauche eigentlich alles voll mit dem zeugs überall hier unten die kloppen sich immer weiter oder das heißt es bleibt immer vorhanden das ist schon mal gut hier kommen pack 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 so machen wir das hier auch achso zack 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 boah machen wir es mal so ein bisschen übertrieben hier aber das ist ja dafür sind wir ja da noch mal ein paar von den anderen hier von den schwabenwirten passt schon kräfte werden angegriffen so mutas habe ich jetzt hier ein paar aber nicht alle ach die kommen jetzt von hier ach nö ey die kommen jetzt von hinten hier wir sind nicht so weit verdammt 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 hier vor allem die upgrades wenn ich die schon machen kann dann würde ich die auch gerne bitte machen hier wir brauchen mehr was natürlich was denn sonst so liebe kabler entwickelt euch entwickelt euch entwickelt euch entwickelt euch es wird zeit ich meine es geht aber das wird trotzdem zeit ok hier passiert schon mal nichts ist gut ha kann ich hier upgrades machen oh ja auch hier bitte 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 upgrades sehr sehr gerne weil das bringt immer eine ganze ganze Menge äh drohnen hätte ich tatsächlich noch eine ganze Menge gerne bitte habe ich hier irgendwelche queens da ist welche hier da fliege ich einfach mal dazwischen dann heilen die sich doch hoffentlich der hat 15.000 leben das ist schön und eine ganze Menge Kills schon ähm wir brauchen mehr Respinggas ja ja ah da kriegst du Gas da kriegst du auch Gas wir werden angegriffen natürlich es ist ja blöd wenn man überhaupt keine Luftabwehr hat das ist das ist der Nachteil an dieser Stelle gerade mal äh genau hier haltet euch mal hoffentlich auf oh ja das geht super hier na herrlich ist eine weitere Lufteinheit mit dabei so ne hier komm du kannst du mal weil das mach ich erst wenn die angreifen tatsächlich so hier machst du mal mehr Würte links habe ich jetzt gar nichts ne das ist schön das ist äh herrlich ah lalala äh äh ne ich hätte gerne Spur hier so ihr kriegt es hoffentlich hin und die anderen kriegen es hoffentlich auch hin das wäre ganz super äh Würte hier hin ja ach ne ey ach ach mensch ach mensch ich muss da mal durch ne ich muss mal hier unten hin das ist ja ein äh äh bodenkämpfer der passt ja schon schaden ziele luft wie ziele luft ja keine luft das ist ja gemein wobei das kriegen wir hin also wenn wir was hinkriegen dann ja wohl das hier kommen ja das ist kein Problem jetzt hier lufteinheiten forse wind und so so jetzt kann ich hiermit auch mal äh wieder verteidigen den ganzen anderen Krams das heißt wir haben noch einen dritten Weg der hier passieren wird das ist das Problem aber ich sag mal das ist oh Upgrades ok habe ich habe ich Vespien Gas Vespien Gas ich hätte wirklich mehr gerne davon so die heilt sich man selber schon auch ne ganze Menge das ist wirklich wirklich gut muss ich ja sagen sobald die halt den Weiden glaube ich nicht im Kampf aktiv sind heilen die sich ne ganze Ecke meine ich zumindest sind die eingebaut ja das sollte für den Moment auch so ein bisschen reichen hier bisschen blöd das oder was heißt blöd das ist ein bisschen toll dass wir von den von den Wirten eigentlich gar nicht so viel unterwegs haben jetzt hier aber ich meine das geht ja so auch ne ich weiß nicht ob es mit den Wirten wesentlich einfacher ginge ach Gott hier sind sie ja jetzt auch noch unterwegs die 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 das ist gut um nicht zu sagen eigentlich zu Hunt dafür dass die light kostenlos sind die die sich gut jacko gerade ist sehr gut ist sehr gut ich bin ja schon da hoffe ich hier kommen wir dahin hier kommen also hier das geht aber mal richtig fix runter hier ich hätte gerne ich würde gerne leben hier überladen das ist knapp das ist ganz knapp das war mal richtig knapp hier wenn ich das hier leben spenden oder macht das hier von alleine schon ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ich hätte gerne was hätte ich denn gerne ja die wirte sind ganz cool hier aber das ist alles wieder kaputt verdammt verdammt weil wir haben gleich die neuen schrecken hier trotzdem ich hätte gerne was hätte ich denn gerne ich finde ich schwarm wird hier ehrlich gesagt nicht so geil ich brauche mal so ein schrecken 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 go 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 wow ist das meine herren nein lass mich leben verdammt wann haben wir das zuletzt gespeichert hier oder wann ist es automatisch passiert ich bin mal gespannt ich hoffe mal nachdem wir das bonus ziel erfüllt haben okay hier ist auch natürlich das funktioniert begrenzt gut aber halt auch nur begrenzt ja hier kommen und gab sich da mal ein oder kommen die hier zur mitte nähe ne okay zumindest bleibt hier so ein bisschen was von stehen von den sachen die vorhanden sind hier upgrades bitte gerne viele ja gut also ich meine nicht gut das ist ja ein greifen ist blöd weil wir haben ja muttisch hier ja ist ja gut so kann ich mir hier so zwei von abzwacken vielleicht dass sie hier nochmal mit hingehen oder habe ich da noch andere rumliegen hier kommen sie auch schon wieder an es ist nicht so einfach behaupte ich einfach mal wahrscheinlich ist es schon einfach wenn man einfach ganz viele schwarm wird hat so richtig richtig viele dann ist bestimmt toll aber davor nicht so wirklich hier kommen schrecken schaffen ist trotzdem nicht cool hier die uhrzeite sind immer ich meine die 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 schrecken sind immer so schön dass sie halt so lange fleißig sind bis wirklich alles beseitigt ist hier das ist schon mal der vorteil davon habe ich den eindruck das ist wirklich ein vorteil ja die äh viecher sind ziemlich teuer im sinne von gas sie brauchen 100 gaseinheiten hier das ist nicht unbedingt wenig es gibt teuer im sinne von gas die verfälschten zeit übrig holt euch ihre essenz tötet sie ja das streitkräfte sammeln sich sie nähern sich dem schwarmcluster ist ja gut jetzt habe ich hier keine keine geschichte da ja hier ist die verteidigung eher so moa hier grabt euch dann mal direkt ein es geht aber fast wenn jetzt noch die gehen nach oben natürlich dann gehen wir halt hier auch in mitten nach oben das ist ja schön das ist ja kein problem äh in der mitte haben wir doch immer keine möglichkeit was zu machen die sind halbwegs leistig man muss halt man muss wirklich einfach nur ganz viele schwarmcluster haben glaube ich doch mal sehr die kriegen das hin hier hätte ich gerne ein bisschen mehr verteidigung ach mensch 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 habe ich oh ja hier guck mal natürlich ja ist schön hier oben ist auch ein bisschen kaputt ich habe zu viele drohnen äh ja so schön wir müssen noch anderthalb minuten durchhalten vielleicht klappt das ja auch so auf diesem eher unschönen weg ich glaube es ist dafür vorgesehen dass man so mehr oder weniger halbwegs knapp hier eure kiste hat wäre uns ja auch langweilig ich meine es geht bestimmt auch wenn man die kiste überhaupt alles andere als knapp hat aber wie gesagt es wäre langweilig ja eine minute kriegen wir dann noch hin weil die kommen jetzt halt unendlich von allen seiten an da müssen wir halt fallen wir müssen hier also im sinne von die verteidigung fällt zum großteil gut das ist vielleicht ein bisschen sehr knapp das ist vielleicht übertrieben knapp ach mensch ey mensch 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 das ist zu nein kerrigan kerrigan ich habe zwischendurch aber nicht mehr gespeichert oder was machen wir da wir müssen mehr schwarmwilder bauen und zwar solange wir noch können wir brauchen mehr ach hier das war noch ein anderer speicherstand äh kürzlich 4 weiß ich nicht ich kann ja mal hier die 3 nehmen die ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten das heißt wir haben noch mehr zeit zum aufholen von den ganzen krams ich meine die mutter sind schön aber ich glaube ich brauche tatsächlich mehr von den bodeneinheiten weil die waren jetzt das problem weil hier haben wir noch gar nicht den kollegen da unten beseitigt ach was ist das hier für ein gefühl ah toll ist egal wir kriegen das hin wir brauchen mehr overlords wir kriegen das hin glaube ich nochmal sehr ähm ich mache trotzdem mal eine ganze menge drohnen hier die sind alle eingegraben hier damit man hier entsprechend auch nochmal ein bisschen auf äh polstern kann mit den ganzen krempeln hier lalala das geht gar nicht so gut ne so das ist schon mal schön äh das gleiche auch für hier unten bitte gerne unsere drohnen werden angegriffen das ist ungünstig das ist tatsächlich ungünstig so ihr kriegt das hin hoffentlich guti die heilen sich hier fleißig selber die mutter ist hier am werk die kann auch nochmal mit dahin ja die mythos können einfach mal da runter gehen das passt schon ich hoffe zumindest dass es passt ich bezweifle das ja mal ein bisschen ähnlich gesagt wir sollten sie umgehen ja die äh es ist vielleicht ein bisschen ungünstiger zeitpunkt gerade weil hier gar nicht mal Partys ich brauche eigentlich wie sieht es mit ganz normalen Zerg aus ha die müsste ich doch eigentlich immer wieder bekommen meine ich ich habe doch da so eine freie Fahrt scheinen für ach die werden auch noch die werden auch noch von den anderen angegriffen hier okay das ist schon mal schlecht ach Mensch warte mal ich werde noch einmal von dieser Stelle da rangehen so leid es mir auch tut aber ich glaube das ist der sinnvollste Weg ein bisschen früher einzusteigen ja ich glaube ich bin mir nicht sicher aber ich hoffe mal ich habe ein bisschen gelernt jetzt wir brauchen mehr Mineralien weil man sich da auch nie ganz sicher sein kann wir brauchen mehr Mineralien so ich hätte trotzdem gerne Luft einhalten damit ich die so ein bisschen weil die einfach verdammt schnell sind das heißt hier der Schößling ist teuer aber das ist glaube ich sinnvoll ich glaube das ist sinnvoll die sammeln sich hier gerade schon so böse an wieder Brutmutter Zagawa wichtige Entdeckung Uressenzen sammeln sich im Pool ach hier sind wir jetzt okay viele Schrecken erschaffen yo Schwarmcluster gegen Urzark verteidigen diese Urzark geben mich nach erschafft die Schrecken tötet sie alle ja ich bin her so vielen Dank wir haben es gesehen sehr gut sehr gut das sieht ganz gut aus hier ähm ja Gas hier haben sie auch alles schon mit äh Gas Sammlern gefüllt ich ich brauche wirklich mehr Zerg oder ich weiß nicht ob es jetzt mehr Zerg notwendig sind eigentlich bräuchte ich halt wirklich mehr von den anderen Viechern hier Hä ist doch alles komisch komisch ich meine wenn wir die Schwarmwirt hier bekommen die müssen ja eigentlich theoretisch die beste Wahl sein weil wir kommen wir bekommen die extra dafür damit das funktioniert ich brauche halt noch was gegen die Luft von daher würde ich einfach mal hier äh Hydras nehmen Hydraliskenbau die hätte ich ja gerade gar nicht die sind eigentlich ziemlich cool finde ich manchmal zumindest im Moment finde ich die eigentlich ganz angenehm gerade so da ein paar Dröhnchen rein da ein paar Dröhnchen rein wir haben gerade tierisch viel Gas aber das äh ändert sich schnell Jagdra hat Flugeinheiten der Uhr Zerg geschickt um den Kokon anzugreifen das ist ungünstig äh habe ich jetzt überhaupt schon Luft? Ne ne ok Schreckenschaften sehr gut das kann ich vor allem wenn das schon so aufgedrängt wird äh so da haben wir Luft da haben wir ein paar Muters hier hätte ich gerne ich hätte ich musste noch mehr Drohnen haben vor allem was ich machen kann ich muss mir echt gucken hier dass ich mal ein paar Zerglinge erschaffe hier die können die sind ja wenn die immer wieder bekommen dann sind die eigentlich ziemlich billig und vor allem wenn die da auch immer schön anspringen das ist natürlich auch super Zerglinge äh äh hier Upgrades Upgrades ein Leben für Upgrades und Luft und Hydras eigentlich auch aber das ist man kann nicht alles auf einmal bauen ich spüre ein mächtiges Wesen ein riesiger Uhrzerk Tyrannozor wild extreme physische Kraft Essenz nützlich muss erlangen ja ist ja gut das ist ja gut dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yatras und Brax rudeln ja dann macht das doch hat doch schon mal funktioniert so das ist meine die ok wahrscheinlich bringe ich das eh alles durcheinander mit den ganzen Shortcuts aber was solls ähm hier könnte ich echt noch mal ein paar mehr stationäre Sachen basteln beide Rudel greifen uns an sie nehmen uns in die Zange ja zangen sie noch schön machen wir es so erschaffen wir die Dinger die schrecken dann geht das bestimmt einschränkend aber die Schrecken ist ja super auch sehr ist ja Vielen Dank.